. Luke Skywalker hat ihn spazieren. Er hatte aber ein kaputtes Fahrrad. Doch da kam wirklich deinem Vater das wieder. Dad, wie geht's dir? Ich bin dein Vater. Nein! Ah, ich penne zweit. Und er ging wieder. Sollte die Kamera ein bisschen leer? Oh nein! Ah! Ist das, da ist eine Lufo! Kann, guck dir das mal an! Kann! Luf, du alte Sau! Lass ihn was fressen, ey. Ich hab voll Hunger. Jetzt wachst du nicht so rum. Der ist doch tot. Ich bin nicht tot. Ich stehe unter Schock. Noch fünf Sekunden. Wie es weitergeht, werdet ihr nächstes Mal sehen. Kannst du überhaupt noch aufwarten? Jetzt wach endlich auf!